hallo und willkommen zu einem kleinen let's play mood runner genau und ich habe mir gedacht ich mache ein let's play draus mit einer aufgabe die ich gern meistern möchte gibt auch eine trophäe silber ultra selten meine einzige liebe das heißt alles was ich hier auf dieser karte mache mache ich mit einem lkw also nur mit einem einzigen lkw ja ich benutze kein anderen ich benutze nur den da und werde alle aufgaben oder die hauptaufgabe meistern dafür gibt es dann eine trophäe bin ich ganz sicher muss ich damit alles machen ich glaube schon aber das werden wir alles in diesen let's play reihe meistern so musik habe ich ausgeschaltet ich mache das mikro wieder aus weil ich es ja als gameplay aufgenommen habe und ja ihr könnt ja gerne eure eckenmusik einspielen dann sagt viel spaß und gameplay so Vielen Dank. 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 Vielen Dank.